hallo und herzlich willkommen liebe freunde zu einer weiteren folge real farming ls 19 meets reality hier auf unserer schönen map grünfelder land die ihr inzwischen auch auf mod hoster downloaden könnt wir haben es geschafft letzte woche donnerstag beziehungsweise freitag kam die map raus wir wünschen euch viel spaß auf der map wenn ihr bugs habt schaut bitte bei meiner preview vorbei dort gibt es den discord support link die könnte bitte gerne dort reporten ansonsten wünsche ich euch viel spaß auf der map und jetzt geht's los mit dem roleplay moment ich muss ja so erwarte ich kann jetzt selber ich mache das die anderen hier so ich mache selber ausgeschlafen hier so ich muss mal gerade ins büro gehen weil ich muss da noch telefonieren ich muss mal gerade den herrn neumann noch mal anrufen hallo neumann hallo volker waruna hier sie erinnern sich an meine frage von letzter woche mit den steuern ja ich musste für ich weiß jetzt nicht wieder gewinnen war aber ich habe als ich denke mal das sind die steuern ach so ne genau das haben sie denn bezahlt die steuern waren genau drei 13.000 für feld 35 normal 13.800 euro für feld 75 und 13.000 wie viel 800 für feld 75 und 11.500 für feld 74 ok also im gesamten haben sie gezahlt 25.300 genau ok gut dann hätten wir das endlich mal geklärt gut vielen dank dafür bitte bis dann tschüss bis dann hm also äh moment jetzt muss ich noch mal anrufen ja genau fahr schon mal vor hallo hier ist der neumann hallo der neumann da habe ich doch glatt noch was vergessen können sie mir bitte noch mal den wert der zwei landländereien sagen ähm 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 äh ok gut vielen dank es war es jetzt aber möchte ich weiter von der arbeit abhalten bis dann tschüss bis dann tschüss so dann machen wir doch gerade meinen taschenrechner auf also wir haben einen wert von 710 16 plus 5 824 gleich sind eine million 300.000 circa mal 1 moment ich schreibe mir das genau auf 1 2 9 9 8 4 0 mal 1,2 gleich minus 1 2 9 9 8 4 0 gleich haben wir einen gesamtwert von jetzt habe ich keinen platz mehr auf dem zettel ey äh 2 5 9 9 6 1 no hallo es gibt mein stift nicht mehr äh nochmal 2 5 9 9 6 8 so und dem gegenüber stehen 35 25.300 also er hat knapp der herracex hat knapp 230.000 euro steuern hinter schlag unterschlagen das werden wir jetzt mal zur anzeige bringen ein ein stromberger stromberger hm m 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 Moment. So, jetzt. Bei der Steuerprüfung der Landkäufe ist mir aufgefallen, dass der Herr Neumann mehr oder weniger viel zu wenig Steuern bezahlt hat, aber aufgrund des Herrn Rasex, der viel zu wenig Steuern berechnet hat. Das ist nicht gut. Nee, das ist nicht gut, weil es im Gesamten geht es dabei sogar um knapp 100.000 Euro. 100.000 Euro. Sogar ein bisschen mehr, die unterschlagen wurden. Oh, gar nicht wenig. Nee. Ich würde, vielleicht machen wir gleich einen Termin bei der Polizei oben aus, dann würde ich hochfahren. Ja. Und vielleicht laden Sie den Beschuldigten direkt mit ein. Ja, ich wollte gerade eh mal runterfahren. Ja, oder wir treffen uns irgendwo anders, mir ist das egal. Müssten Sie nur ansagen. Ja, ich weiß noch gar nicht mehr, wo ich hier rumfahren werde. Ja, sagen Sie mir eine Uhrzeit, wann ich wo sein soll. Äh, am besten an der Kneipe neben einem Händler. Wissen Sie, wo ich meine? Ja, okay. Das ist zwar nicht, wie Sie in Betrieb führen, aber es soll mir recht sein. Okay. Ich mache es so, wie es sich gehört. Ich werde ja auch nur ein Wasser trinken ohne Cola. Okay. Gut, dann bis gleich. Ja. Tschüss. Tschüss. So, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. So. Steuersünder hier. Kann ich ja mal gar nicht gebrauchen. So, wir haben auch natürlich ein paar neue Mods drauf. Ähm, unter anderem den Rea-Mod. Deshalb seht ihr unten trotz, äh, No Hut äh, eine Anzeige. Aber die lässt sich leider hier nicht wegmachen. Dann fahren wir mal hoch. So, dann muss ich in meinem Feld muss ich natürlich auch mal wieder gucken. Das, äh, aber ich bin der Meinung, jetzt geht es erst mal vor. Vor allem kann ich da mit dem Hans nochmal sprechen. Wow. Okay. Okay. Haben wir gerade mal einen Donut auf die Straße gezeichnet. Da muss man ein bisschen mehr aufpassen. Das ist wohl von dem Rea-Mod. Kreuz und frei ist immer schön. Mmm. Oh. Das geht schief aus. Ja, bei Lex muss man da natürlich übelst aufpassen. Wenn da dann mal so an der Rea-Mod durchspinnen, dann liegst du im Graben. So, dann bin ich gleich da. 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 Also, Motor sollte man natürlich auch ausmachen. Ja, toll. War ja klar, oder? Keiner da. Ist ja noch bei den Pferden im Stall, oder was bei dem los? Dann gehe ich mal noch kurz rüber zu dem... Ah, da kommt er. Mal gucken, ob der andere Spätzle auch gleich kommt. Ah, guten Tag, Herr Baruna. Hallo. So, eigentlich ist es ja gar keine Steuerhinterziehung, ist mir gerade eingefallen, sondern eine Steuerunterschlagung. Ist ja noch schlimmer. Ja, stimmt. Muss ich das jetzt so sagen und ich nochmal drüber nachdenke. Klar, Steuerhinterziehen wäre er, wenn er mehr Geld daraus ziehen würde, als durch den Steuersatz geregelt. Kommt der jetzt auch, oder? Ach, der hätte ich gar nicht angerufen. Ah, jetzt muss ich noch länger warten, ey. Ich habe keine Zeit. Ich muss mit dem Dings da drüben, mit dem Hans-Peter noch was klären. Rufen Sie mal an. Oder vielleicht ist er da drüben unterwegs. Da ist vorhin so ein schwarzes Auto reingefahren. Ich guck mal eben. So war's. Ja. Oh ja, warte. Und ab. So. Du, passt. Hallo? Äh, Raysex? Ja. Äh, wo bist denn du gerade? Bei einem Händler. Ah, guck mal Richtung Gasthaus. Komm mal rüber, bitte. So. Ja, ich komm. Danke. So. Kommt der jetzt? Ich habe ihm gesagt, der soll rüberkommen, ja. Ich habe gesehen, dass er mit Ihnen telefoniert hat oder so gehört. Ja, ja. Ich habe ihm gesagt, der soll rüberkommen. Ich habe das nicht gesehen, dass er telefoniert hat. Also auch, äh. Ich war mir nicht mehr sicher, ob das jetzt sein Auto war oder nicht. Deshalb dachte ich, ich rufe ihn einfach mal an und dann guck mal weiter. Oh, sie wollen jetzt ja einen RTW. Steht da, ja. Ja. Na, haben sie endlich mal einen bestellt. Ja, wieso ich. Was ist denn jetzt los? Wann kommen die denn zu dritt? Da frage ich mich auch fast. Da ist dieses Teil laut. Hallo. Hallo. Den bläst da oben was raus. Jo. Abgasprüfung mal machen bei dem Teil. Äh. Ja, da bin ich nicht zuständig. So, äh, Herr Varuna, am besten, äh, Claire. Sehen Sie, genau deshalb wollte ich nicht hier, äh, das besprechen, weil hier hast du überall Publikum. Sprechen Sie mal ein Machtwort, Herr Polizist. Äh, soll ich jetzt hier Platzverweis aussprechen? Dem ist das egal. Also, äh, Herr Rasex. Ja. Sie haben Steuern unterschlagen. Ja. Wo dat denn? Sie haben dem Herrn Neumann, äh, 35.300 Euro Steuern berechnet. Äh, 25.300 Euro Steuern berechnet. Äh, hab ich schon voll. Hätten aber circa 130.000 Euro Steuern berechnen müssen. Oh. Hallo. Kassier ich dann noch ein? Also, äh, tja, jetzt ist es ein bisschen zu spät. Das war vor zwei Wochen. Sie haben 100.000 Euro unterschlagen. Äh. Dann kassier ich die vom Bau, äh, vom Dings noch ein und setz vom Bauhof nach oben was drauf. Weil an dem Tag hat er mich mein Taschenrechner gespornet in der Woche. Hm. Dann sollten Sie sich einen neuen Taschenrechner mal langsam kaufen. Äh, den hab ich ja neu gekauft. Also, ich bin mir, äh, Herr, Herr Stromberg, ich bin mir nicht sicher, ob dafür, dafür ist ja eigentlich nicht der, äh, der Landhandel zuständig, dass jetzt der Herr Rasex hier falsche Steuern berechnet. Ja, also, eigentlich müssten diese Steuern ja noch vom Landhandel gezahlt werden, da die ja den, äh, Hof auch gekauft, oder das, äh, Grütstück auch gekauft haben. Wie viel kriegt der noch? Also, die Stadt kriegt noch, äh, 104.700. 104. 1700. 700. Oh, angekommen. Könntest du dich gerade mal prüfen, Herr Stromberger? Ja, ähm, ah ja, auf meinem Dienstablett steht da gerade. Passt so. Okay. Na gut, dann ist das jetzt mal erledigt. Ja. Okay, es hat wohl dann gerade auch irgendwie noch 300 Euro von irgendjemandem überwiesen. Steht leider nicht immer der, ähm... Absender drauf, ja, ich weiß. Absender. Hans, ne? Okay. Gut, dann hätten wir das ja geregelt. Ja. War echt mit Absicht, äh, warm versehen. Ich hoffe, sie, äh, haben sich einen neuen Taschenreiner zugelegt. Ja, der ist auch schon angekommen. Gut. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Ja, ebenso. Tschüss. Tschüss. Gut. So, dann auch wiedersehen, Herr Ruhner. Wir sehen. Tschüss.